Schützenfeste sind auf jeden Fall in den meisten Regionen, die ich kenne, sehr im Frühjahr, also vor den Sommerferien, deutlich vor den Sommerferien. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Schützenfeste, und ich bin ein Experte, was Schützenfeste angeht, ich weiß genau, wie sie ablaufen. Ich habe in meinem Leben sehr viele davon gefeuert, einmal sogar als Schützenkönig, kann ich Ihnen nur sagen, die ganze Sache ist so, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass das verantwortbar ist, dass das stattfinden kann, bevor wir eine hohe Durchimpfungsrate unseres Volkes haben. Also da brauche ich auch keine Wissenschaftler, da habe ich genug Expertise über wenigstens 50 gefeierte Schützenfeste gesammelt.